Unser Ziel als User Experience Design Team bei Tieto Austria ist, das Softwarelösungen mit Mehrwert zu schaffen. Egal ob wir etwas online recherchieren, ob wir Kundendaten in ein CRM eingeben oder Familien und Freunden ein Foto aus dem Urlaub schicken, wie das erlebt wird, das ist User Experience. Und wir bei Tieto kümmern uns um das optimale Design dieser Experience. Um bestmögliche Kundenerlebnisse zu entwickeln, nutzen wir unter anderem interaktive Workshops. Das Hauptziel dieser Workshops ist in erster Linie mit allen Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der Herausforderungen zu schaffen. Vor dem Workshop ist es uns besonders wichtig, die Nutzer und ihr Umfeld kennenzulernen. Das hilft uns, die Bedürfnisse zu verstehen und eine wirklich gute Lösung zu gestalten. Im Workshop arbeiten wir gemeinsam die Ziele, Chancen und Risiken für den Anwender. Je nach Projekt entwickeln wir oft schon erste Lösungsansätze in Form von Prozessen oder Benutzeroberflächen. Dafür setzen wir kreative Methoden aus Design Thinking oder auch aus Lien Startup. Nach dem Workshop entwickeln wir Prototypen und testen sie mit echten Nutzern. Durch die laufende Abstimmung mit allen Beteiligten sorgen wir dann dafür, dass die Ergebnisse auch in die Umsetzung einfließen. Das Ergebnis des gesamten Prozesses ist eine Anwendung, die die User gerne nutzen. Eine optimale User Experience spart Zeit, Geld und unterstützt die Erreichung der Businessziele. 품 und wie Mann sterben! Beidee! Beidee! Bis zum nächsten Mal.